Das ist halt auf Meter so, entweder verkacken die, äh, Verteidiger oder die Angreifer. Das ist ja auch irgendwo der Sinn von dem Spiel, oder? Was war denn das jetzt für eine Analyse, Alter? Entweder du gewinnst als Verteidiger oder du wirst zurückgedrückt. Ich meine, viel mehr Optionen gibst du ja in dem Sinne nicht bei dem Spiel, wisst du? Ich weiß nicht, was du sonst machen willst. Keine Ahnung, aber... Unentschieden. Gibt's ja gar nicht. Ich hör mal schnell ein Bier, Alter, ich bin zwei Sekunden hier. Ja, das war ja... Das war ja haarscharf analysiert hier von Inspektor Ainzi, Alter. Ich glaub, ich soll so, äh, eSport-Kommentator werden. Ja, auf jeden Fall, Alter. 3, 2, 1, and we are live! Hello, ladies and gentlemen, my name is Tony Crime, and I will be your commentator for this gameplay! Lass mich raten, du hast einen Titel reingeschrieben, German, oder? Nein, deshalb bin ich wieder als hier Pioneer unterwegs. Wollt ihr doch gar nicht. Ich mach hier Aggressive Sniper, in jeden Fall. Aggressive, nein. Ich bin ja... X-Ho, Alter! Ich bin ja... 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 nice... Ich mach A schon scharf Machst du scharf? Äh A machst du scharf ok Keine Ahnung da war ich grad dran Scharf 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 So Ah shit Ich hab's da rumgesprayt Hilfe bei Kill 98 Klar Jetzt geh hoch du scheiß Ding Ja bin ich auch schon Geil Läuft Läuft bei dir du Messgeburt Läuft bei uns So Auf jeden Fall So Oh Snapper Du Sniperst immer noch ne? Nee ich bin Snapper doch nicht alter Ich hab gedacht du bist hier Der Sniperbruder Ups hier gehts noch gar nicht weiter Ich mein du machst hier Penetrierst hier die Jäger mit 360 Quickscopes Naja klar Face alter Face crime Face crime Alter wie alter Jeder Snipertyp den Glantek dran gehabt hat Ich hab das auch bei mir beim Playstation Profil Ich hab Face als Glantek Aber mit ner 4 als A und so Boah sogar noch hier Richtig skillig So ein richtiger Pro schriftig Oh mein alter Kriegen die schon Angst wenn die das Tech sehen alter Hat aber letztens auch einer bei mir probiert alter Dem hab ich dann ne Freundschaftsanfrage Der hat mir dann ne kleine Freundschaftsanfrage geschickt so Und die hab ich dann angenommen nachdem er bei mir Ins 360 No Scope Ähm aus dem Haus probiert hat Alter richtig Nass Habt ihr auch alter Jetzt hast du es geschafft Junge alter Die wollte ich gar nicht annehmen Und dann bin ich gut das war Das war der Grund alter Da hat er mich so gebasht Ne versucht zu bashen Ich hab ihn abgeknallt da noch aber Zumindest hat er probiert hier so n Ding Trickshot Da bei ichs Hauptsache man versucht's man Ja das war's Da hab ich gleich gefeiert alter Wisste das war so Der wollte es mir zeigen wisste Was macht denn der hier Feru alter Mit ihm kaputt ey So Müssen wir jetzt hier mal ein bisschen auf das Spiel konzentrieren Ja Hättest du vor 10 Minuten einfachen sollen Guck mal Number 1 alter 5 zu 1 hier Der Boss Ist er einmal oben dann Ist er einmal oben Das ist ja bei mir Standard Bestimmt Du weißt dass du in jedem Spiel einmal oben bist Ne Dass ich immer oben bin Komm her Die Typen ich hab hier Battlefield 3 Playstation 3 aim Alter Da sollen die erst mal ankommen Kann ich auch sagen Kann ich hier mit der Maus Ich lach die aus Ja Ich glaub Ich glaub gar nicht mal Keine Ahnung Okay mittlerweile ist ja ein paar weniger Aber es gab Zeiten dass ich mehr Stunden auf der Playstation Wie auf dem PC Na ja wenn mir auch schwenken Na sowieso Ja du sowieso Aber ich hab ja Ich bin ja eh Neuling hier PC Aber Ey vom Elm her ist die wirklich von Anfang an Ich hab jetzt immer noch eine 1.3er KD oder so Ich hab da angefangen Weiß nicht bei so fängst du ja normalerweise an Du gehst erstmal über den Keller hier mit 0, noch irgendwas Oder hast nie gesehen Ja der Umstieg von Ja Von Controller auf Maus ist sowieso leichter Weil Maus halt einfach intuitiv ist in dem Naja klar man Und du bist auch viel mehr on point Oder so Ja Wo ich mit dem Controller angefangen hab Hab ich erstmal 2 mal die Singleplayer Kampagne durchgespielt Und dann einfach nur 2 Wochen jeden Tag auf Team Deathmash surfern Ja Ich geh nur in Niederhaltung oder was Ich geh nur in Niederhaltung oder was Alter nur 2 HP Gar nicht gut Alter hier explodiert alles Typisch Methor Ach die sind doof Ich geh mal zu A Weiß irgendwie jemand B ist schon scharf Krass Haben sie jetzt aber hier gut gerusht Oh man die hätt ich eigentlich BDR killen wollen Scheiße Ich hab viel zu lange gebraucht für ihren hier Oh da war noch einer Oh da kommt schon wieder irgendeinem Raketenwaffe Oh Oh Ah ist hochgegangen M.Com Attacker Metal Nice Aufstehen tot Die rushen hier noch gut rein Aber in Battlefield 3 kann man ja noch ganze Zeit immer wieder belegen Ja das ist schon geil Ich liebe Battlefield 3 auf jeden Fall Aber Battlefield 3 hat er B4 könnte sich in den Arsch schieben Alter Scheiße ohne Witz Ich find's mittlerweile gar nicht mehr schlecht Ey aber auch nur auf PC Alter musst du mal PS4 Alter kriegst du's kotzen Es ist die So eine räudige Version Oh ich leck wie Sau Alter Ja hab ich grad gesehen Du hast in der Luft rumgepackt Boah ich bin durch das Battlefield 4 ist für mich der letzte Scheiß auf PS4 Alter echt Kannst nicht zocken den Rotz ey Ja PS4 hab ich nicht So ein Rotz Spiel ey Da spielt sie selbst Da spielt sie selbst PS3 Spielt sie da besser Alter auf jeden Fall Das ist so krass Auf PS3 kannst du auch Zum Beispiel Conquest auch total vergessen Also die meisten Weil die Maps sind ja viel größer Bäm Pss Ach stimmt da muss ich ja gar nicht aufladen Ich hasse die AM kommen hier Ja das haben wir hin halt ey Da raus zum kommen mal ne Naja ne überhaupt da Die Lage ist richtig bescheuert auf jeden Fall Bleib mal drin Bleib mal drin Weh ich verrecke jetzt Oh das war übel schlecht Was mach ich denn hier für Müll alter Weiß ich auch nicht Oh Alter wo lauf denn du da raus Wieso hatte ich die Scheiß Waffe auch nicht mehr in der Hand man Verfickte Scheiße Ja der wärs trotzdem gestorben Da waren 3-4 Leute Ach komm das hätt ich locker gerissen Ich wär auch fast gestorben Was denkst du mal den ich davor gekillt hab Halt auf mich zu blocken hier Typ Ah das scharf Oh Ah Ah Double kill Glaub mal gleich bin ich an dir vorbei Ach komm Ich könnte mir auch B holen alter Ich lauf grad schon zu B Ach komm geh nach Hause Da liegt ein gegen übrigens 2 B Oh Schau mal drauf Ich bin down mit der M1911 Ich bin down mit der M1911 Es tag Alter verarschmini Ist klar Digga Ok 12-2 12-2 Na ja Was ist los Was ist los boys Boys alter Verlohnen Verlohnen Du hast wahrscheinlich gar keinen Zuschauer oder Ja würde sich aber lohnen alter weil ich übelst geil spiele einfach nur Ja Promotion ist dich hier voll Na ja verdient hätte ich es dass hier jemand die Scheiße ankommt Dann kann ich mich ja auch promoten, kommt alle zu mir Ja mach ruhig Hast du mir wenigstens verlinkt? Ne Ich wollte die Leute ja nicht verscheuchen Mitze Ihr könnt ja eh einen Follower da anrufen So komm Ja der ist Norweger also Na ja ist ja egal Du darfst ja nicht so viel verstehen wenn wir hier deutsch reden Juck dir nicht Krieg dir auch ein gutes Gameplay Hier zack Bei mir wenn dann Ja Wahrscheinlich Du sollst ja mal drauf achten dass ich nicht ganz so oft stirb Und gewonnen Zurecht muss man sagen Also du hier mit deinem 11-8 alter Der Rest ist Maul auf Ihr habt Objects Oh Objective ja Objective Hast dich Objectiven lassen Hab ich gespielt ja Das war wirklich nicht so oft Ich hab die Zeit Du hast mich nicht so oft Ich gehe nicht so oft Ich mache das so oft Wir bereignisse sie